Das einzige Land der Erde, was dagegen angekämpft hat, ist Frankreich. Das ist so meine Ansicht der gesamten Dinge so ein bisschen, weißt du? Das ist dieses kollektive Bewusstsein, was sich langsam Step by Step immer mehr herauskristallisiert. Gerade durch diese Spaltung, die in den letzten zwei, drei Jahren stattgefunden hat. Zum Glück, der Trick ist es, dir zu sagen, dass du keine Macht hast, dir zu sagen, dass du nichts in der Hand hast. Aber das haben wir. Da gibt es schon so das Bedürfnis in der Gesellschaft, danach mal wieder ein paar gute Werte zu diskutieren, weißt du? Es gibt immer was, was du lieben kannst. Wirst du merken, auf einmal ist alles viel positiver. Deine Welt und deine Sicht auf die Dinge ist auf einmal anders, Bruder. Haben wir halt über alles geredet, so mehr oder weniger. Voll krass. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Mit einem Update, offiziell. Das einzige Land der Erde, was dagegen angekämpft hat, ist Frankreich. Stell mal dein altes iPhone auf Region Frankreich. Dein Handy läuft wie am ersten Tag, mein Bruder. Krass. Lifehack, jetzt live im Stream. Ich mein's ernst, ist kein Witz. Könnt ihr alle googeln und recherchieren. Stellt euer iPhone oder euer altes Handy auf Region Frankreich. Ich glaube, nur bei Apple ist das so. Ich schwöre, ist kein Witz. Dein Handy läuft wie am ersten Tag. Flüssig, weil die dürfen diese Updates nicht bringen. Die haben dagegen geklagt. Das hab ich schon schon. Das ist all about business. Das heißt, die Großkonzerne versuchen permanent uns psychologische Werbung in unseren Köpfen reinzubringen. Durch Google, durch Amazon, durch dies, durch Fernsehen, durch Radio. Und die Medien versuchen, Titelblätter zu verkaufen. Deswegen springen die Medien immer auf die Seite der Mehrheit. So, vor zwei Jahren war es gerechtfertigt, dass man diese Corona-Politik nach vorne bringt. Und, weiß was ich, dann sind alle drauf umgesprungen. Die Medien haben mitgemacht. Jetzt merken die Medien, dass das nicht mehr cool ist. Das Ding hat sich um 180 Grad gedreht. Jetzt fangen die an, auf einmal kritisch dagegen zu. Das heißt, das sind wie Huren. Das sind wie Schlampen. Die gehen nur dahin, wo die Mehrheit ist, wo das Recht gerade ist, zu sein scheint. Und das ist permanent dasselbe Spiel, Bro. Und wenn du das einmal verstanden hast, ich hab jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber diese Punkte hab ich ein bisschen begriffen. Und seitdem hab ich mich beruhigt. Ich hab mich komplett beruhigt, weil ich genau weiß, warum die das jetzt machen. Und ich muss nicht grübeln. Ich muss nicht grübeln, Bro. Ich muss nicht auf einmal Bill Gates sein Leben studieren, damit ich verstehe. Ich weiß, dass es alles all about business ist. Pharmakonzerne schmieren die Politiker. Großkonzerne schmieren sie. Damit sie das und das reinbringen. Damit sie ihre Produkte verkaufen. Es wird doch Werbung gemacht. So wie ich mein Album promote, promoten die ihre Produkte, Bro. Ich geh auch zu Influencern und sag, promote mal mein Album, zieh mal mein T-Shirt an. Oder nicht. Und die machen das halt im großen Stil mit ihren Produkten. Und das ist permanent all about business, Bro. Das heißt, wenn wir hier versuchen, Begriffe wie Illuminatis und Seelenraub, Sklaverei mit reinzuwerfen, kann jeder frei interpretieren. Ich erkenne dahinter ganz klare Businessstrukturen und sehr einfach, wie die Konzerne permanent mit psychologischer Werbung auf uns einprasseln, dass wir deren Produkte kaufen, Bro. Und das ist das, was uns dann in ein Hamsterrad erscheinen lässt. Und wir müssen einfach mit unserem Konsumverhalten endlich anfangen, dass die uns hinterher rennen. Und das machen wir schon, Bro. Die Leute haben es nur noch nicht begriffen. Allein durch dieses weniger Fleisch essen oder nicht mehr Fleisch essen, nicht mehr so Zigaretten rauchen. Bro, diese Produkte, die will keiner mehr haben. Und die laufen uns jetzt hinterher und müssen uns gesündere Varianten liefern. Das heißt, wir haben schon mal Steps gemacht, über die redet nur keiner. Das ist so meine Ansicht der gesamten Dinge so ein bisschen, weißt du? Ja, Mann. Sorry jetzt für diesen Monolog, aber so um alles einmal so von mir zu beschreiben. Du hast ein paar Sachen auf dem Herzen, Digga. Alles cool. Du musst doch auch mal raus, Digga. Ja, also, Bruder, glaub mir, im Kopf ist immer alles schlimmer, als es wirklich ist. Das will ich eigentlich sagen. Ich sehe das genau. Wenn du einmal ein bisschen Verständnis dafür hast, wie das ganze Game funktioniert, dann bist du auch nicht mehr jemand, der sich jeden Tag irgendwie Telegramm da durchzuswipen. Kannst du machen, aber ich glaube, auch das ist irgendwo eine Art Zeitverschwendung manchmal so, weißt du? Wenn du die Zeit nehmen könntest und sie in wichtigere oder wertvollere Dinge investieren könntest. Also, ich bin zum Beispiel schon lange nicht mehr auf Telegram unterwegs und ziehe mir da irgendwelche Sachen rein. Das sind auch, das sind Fänger. Die fangen Leute, die verzweifelt sind. Leute, die nicht wissen, wohin. Die keinen Anhaltspunkt haben. Ey, was ist jetzt gut? Ist die Welt böse? Oh nein, ich fühle mich alleine. Alle lachen mich aus. Blabliblub. Da kommt auf einmal eine Telegram-Gruppe wie ein Pilz aus dem Wald geschossen. Hier ist die Freiheit. Hier hast du deine Community. Hier mein Buch. Hier meine Produkte. Jetzt folge mir. Und so weiter. Bruder, das ist auch alles Maschinerie. Das ist, ich schurfe meine Mutter. Ich sage dir, das ist eine Industrie für sich selber. Das hat sich auch immer weiterentwickelt. Das hat sich immer mehr weiterentwickelt. Ja, ja, schon lange, Bruder, hundertprozentig. So wie du es vorhin auch schon gesagt hast, mit Aliens. Ich fick auf beide Seiten, ich fick auf beide Seiten, Digga. Aliens zum Beispiel ist ein Riesenmarkt, Digga, in den Staaten, so, weißt du? Wenn du über Aliens redest. Das ist ein Riesenmarkt. Bleibt auf T-Shirts und so Anhänger. Da gibt es Conventions, Bruder. Conventions, so wie Fibo-Expos, Digga. Weißt du, was ich meine so, wo die hingehen und Dinge kaufen. Ja, ich bin deswegen auch nie drauf reingefallen, auch irgendwie so richtig, weißt du? Ich bin, wie gesagt, ganz schnell nach diesem Corona-Shit und so, natürlich hat das viele Leute, glaube ich, noch mal angeregt, sich mit ein paar Sachen zu beschäftigen, die auch schon vorher ein bisschen kritisch waren, so. Deswegen ist ja Telegram dann auch, glaube ich, richtig explodiert und so und diese ganzen Theoriesachen und so voll. Jeder hat sich was reingezogen. Aber ich bin auch ganz schnell auf den, ich bin dann dadurch auch noch viel mehr auf diese spirituelle Reise gekommen, so. In mich rein. Bruder, das ist schön. Und da würde ich Dinge entdecken, weißt du? Ich feiere auch deine Entwicklung in diese Richtung hin. Ich höre von dir viel weniger, ey, Regierung, Staat, Versklaven, uns krank machen und die. Hör ich von dir fast gar nicht mehr. Ich höre von dir wirklich schöne Sachen wie deine Seele, dich selber erforschen, was du gesagt hast. Jeder sollte sich selber erforschen, sich selber kennenlernen bewusst. Das hast du ganz am Anfang gesagt. Bruder, das ist das, wo wir hin müssen. Das ist dieser innere Wandel. Das ist dieses kollektive Bewusstsein. Nein, was sich langsam, Step by Step, immer mehr herauskristallisiert. Deswegen schlägt die Stimmung auch gerade um. Dann passiert genau das, was du gesagt hast. Genau. Dass die Menschen umschlagen und dann die Industrien sich auf einmal nach den Menschen richten. So wie du es auch vorhin gesagt hast. Und das ist, Bruder, das ist ein sehr positiver Ding, worüber keiner redet. Jeder redet immer nur über das Negative. Aber es gibt so viele positive Dinge, weil wenn du positive Dinge erwähnst, sind sie nicht so spektakulär wie negative Dinge. Right? Safe. Und das ist halt das Problem, Bruder. Aber ich habe gemerkt. Und ich wollte es dir einfach nur mal benennen, dass wir das auch mal vor Augen haben. Dass das kollektive Bewusstsein sich schon längst entwickelt hat und schon längst aktiv ist. Und die Wirtschaft schon längst hinter uns her rennt. Weil wir diesen Scheiß nicht mehr so ganz abkaufen mit diesen Sachen. Und das ist halt das Schöne. Und wir sind gerade dabei, uns auch so ein bisschen politisch in eine eigene Richtung zu bringen. Gerade durch diese Spaltung, die in den letzten zwei, drei Jahren stattgefunden hat. Zum Glück. Weil endlich mal alle auf den Tisch gehauen haben. Sowohl als auch. Jeder hat mal auf den Tisch gehauen. Jeder weiß, wo er ist. Jeder weiß, mit wem er cool sein will und nicht. So, jetzt sind die Rollen klar verteilt. Und jetzt geht es ans Eingemachte, Digga. Und viele Menschen finden wieder zueinander. Gehen jetzt in einen Dialog. Reden miteinander. Und verbünden sich gemeinsam gegen jegliche Propaganda. Ich sage euch, die Werkzeuge der Propagandisten sind langsam wirklich am Ende. Ukraine-Krieg. Jetzt auf einmal wollen die wieder auf die Migranten gehen. Dann hieß es auf einmal, guckt alle nach Iran. Also die Medienlandschaft ist wie ein verschrecktes Huhn. Was nicht mehr weiß, wo es hinlaufen soll. Es zeigt plötzlich in alle Richtungen, um bloß von sich abzulenken, wie sie stinken. Und dass sie ein Instrument sind für die Politik, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Das ist für mich klar wie Klosbrühe. Es ist auch nicht schlimm, es zu sagen. Es ist einfach so. Es ist auch gut so. Denn ich finde, jedes Land sollte seine eigene Medienlandschaft haben. Und sollte seiner Bevölkerung seine Propaganda unterziehen. Aber wenn sie übertreiben, wie sie das maßlos tun, dann kocht das Ding halt über. Und das ist halt gerade so. Es sind ein paar Tropfen zu viel im Glas. Und voilà, siehst du, die Menschen kaufen dir nichts mehr ab. Sie fangen an nachzudenken. Und ich sage dir, sie müssen nicht mal mehr auf die Straße gehen. Es reicht einfach nicht mehr mitzumachen. Es reicht einfach die Dinge zu ignorieren. Keiner muss auf die Straße gehen und kämpfen. Bürgerkrieg oder so einen Scheiß. Es reicht völlig aus. Wenn du diese Titelblätter nicht mehr unterstützt, Propagandisten nicht mehr unterstützt, indem du einfach nicht mehr hinguckst, nicht hinhörst und sie ignorierst. Wie dein Nachbar, der jeden Morgen aus dem Fenster schreit, wie scheiße das Leben ist. Dann grinst du kurz und denkst dir, ja, das ist mein Nachbar. So ist er halt. Punkt, aus, Ende. Und es gibt einfach keine Spaltung mehr. Und die Leute fangen wieder an, sich selbst zu trauen, sich zuzuhören und gehen nicht mehr darauf ein. Ja, wir hatten eine kritische Phase. Sie haben einen Triggerpunkt getroffen, so. Natürlich auch, wie die Impfkampagne um fast 80 Prozent gesunken ist. Das heißt, die Menschen machen da einfach nicht mehr mit. Und die Pharmaindustrien merken das und ziehen sich dann zurück, bevor die Scheiße richtig brennt. Und dann bleiben noch die letzten Verbliebenen, wie so in Lauterbach und so weiter. Den hört doch keiner mehr zu, Bro. Den hört doch keiner mehr zu. Der sitzt da und sagt, wir müssen wieder alles schließen. Den hört doch keiner mehr zu, Digga. Ist doch so. Und das ist einfach, ich sag euch, die sagen doch immer, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Leute, nicht wir sind das Volk, wir sind ein kollektives Bewusstsein, was uns nicht bewusst ist. Wir sind die Gesellschaft. Und die Gesellschaft hat das nun mal, in der Hand zu lenken, wie Politik funktioniert, wie Wirtschaft funktioniert und so weiter. Sobald es uns bewusst ist, dass wir das Lenkrad in der Hand haben, schon die ganze Zeit. Der Trick ist es, dir zu sagen, dass du keine Macht hast. Und der Trick ist es, dir zu sagen, dass du nichts in der Hand hast. Aber das haben wir. Und wie können die dich auseinandernehmen, indem die dich spalten. Sie spalten dich einfach und dann denkst du so, ich bin abgekapselt, keiner hört mir zu. Die Leute verbünden sich nicht mehr und dann ist die Mehrheit machtlos. Aber das ist sie nicht mehr, weil die Leute immer wieder zueinander finden, weil die Menschlichkeit immer wieder siegt. Die Liebe ist größer und die Liebe kommt eines Tages immer wieder. Eine Frage an dich, Leon, um das jetzt mal auf den Punkt ein bisschen zu bringen. Eine Sache wollte ich dazu noch sagen, wenn du durch bist. Ja, ich habe nur noch eine Frage. Okay. Und zwar, was ist stärker? Oder ich sage dir, der Beweis dafür, dass die Liebe stärker ist, als der Hass ist. Keine Frage, Bruder. Ja, oder meine Prognose, dass die Liebe stärker, als der Hass ist, ist einfach, wenn du mich anguckst und du willst ernst mich angucken und ich sage, komm, guck mir richtig ernst in die Augen, was ist passiert? Du lachst. Du lachst. Dein Lächeln ist stärker, als deine böse Miene. Es ist einfach so. Deine böse Miene kannst du nicht lange halten, dein Lächeln dringt durch, es ist stärker. Versuch doch mal, während du lachst, böse zu gucken. Liebe gewinnt am Ende des Tages auch. Das ist auch die Message, die ich aktuell so nach außen trage, weißt du? Geht viel um Bewusstsein und viel um Liebe halt so. Und ich merke auch, dass halt Menschen da draußen mittlerweile auch danach suchen, dass Menschen sowas sagen, weißt du? Dass die auch Bock haben, sich mal sowas reinzuziehen und nicht den ganzen Tag nur... Symbolisch gemeint, meine Güte, ey. Du müsstest doch überall die Lupe rausholen. Beim Pinkeln holt die die auch raus, wa? Nicht den ganzen Tag irgendeinen Beef-Scheiß sich reinziehen wollen, sondern auch Bock haben auf tiefere Dinge, auf gute Sachen sich mal reinzuziehen, weißt du? Als ich den ersten Talk gemacht habe in die Richtung so, also wo es ein bisschen spiritueller geworden ist, wo ich so über Freundschaft und so geredet habe, ist es auf einmal brutal viral gegangen auf allen Plattformen, so. Das habe ich gemerkt, so, okay, krass, 5, 6, 7, 800.000 Klicks. Daran habe ich gemerkt, so, okay, da gibt es schon so das Bedürfnis in der Gesellschaft, danach mal wieder ein paar gute Werte zu diskutieren, weißt du? Ein paar gute Sachen so nach außen zu tragen und mal das bisschen mehr wieder zu hören. Und das ist auch das, was ich mir halt so dann wünsche auch oder wo ich mich auch connecte mit Leuten, die eine ähnliche Message haben, wo man spürt, so, okay, die kämpfen am Ende des Tages auch für Liebe, so, für das Gute, um die Gesellschaft wieder ein bisschen mehr in die positive Richtung reinzubringen, so, weil gerade auch in dieser Corona-Zeit und so hat man gemerkt, wie viel Hass in der Gesellschaft schlummert auch und wie Bock die haben, andere Menschen zu steinigen, so, auch wenn es nur mit Worten ist. Das ist der Prost, ja. Ja, so. Und daran merkst du, dass Liebe so weniger geworden ist, weißt du? Nicht nur in dem Bereich, sondern auch so Familiengedanke, Zusammenhalt innerhalb der Familie, unter Freunden und so, das ist alles vom Gefühl her einfach nicht mehr so präsent so. Und deswegen habe ich mir auch so ein bisschen zur Aufgabe genommen, mehr über Liebe zu reden, mehr über Zusammenhalt zu reden, mehr über positive Dinge zu reden, als über Sachen, die vielleicht schlecht laufen oder negativ sind oder so, weißt du? Richtig. Lösungsorientiert sein und nicht nur über das Problem reden, sonst bleibst du bei dem Problem. So. Und das merkst du auch an deinem Modus dann. Weißt du, wie ich meine? Wenn du den ganzen Tag nur überredest, was scheiße läuft und so, du merkst, wenn du dir dann selber in den Spiegel guckst, auch deine Mimik ist dann so, weißt du? Ich meine, du gehst dann so durch die Welt, weil du die ganze Zeit nur negativ, Frust, Beef, diese ganze Scheiße in dir hast, so. Anstatt wenn du mal einfach mal auch, einfach mal jetzt auch jemandem sagst, dass du ihn liebst, Bruder, ein bisschen mehr positive Vibes in dein Leben reinbringst, so ein bisschen guckst, dass du einfach wieder mehr happy bist und, Bro, ich sag dir ehrlich, egal in welchem Status du dich befindest, egal wie depressiv du bist, egal wie krass du am Boden bist oder nicht erfolgreich du bist oder so, es gibt immer was, was du lieben kannst, so. Es gibt immer was Positives, an dem du dich festhalten kannst, so, weißt du? Es gibt immer irgendwas, was dir Wert gibt, so. Und das ist das, wo ich gerne würde, dass die Menschen wieder ein bisschen mehr shiften in die Richtung rein, so, weil wir können das, wir haben das Potenzial, mehr in unser Herz reinzugehen und aufhören, so viel zu denken, weißt du? Absolut. Also Liebe, man denkt immer, Liebe ist was für Schwächlinge, Liebe ist etwas, was nur mit Frauen zu tun hat. Das Wort Liebe ist zwar ein Wort, aber das Gefühl ist allgegenwärtig. Du kannst auch, ähm, was weiß ich, du kannst deine Jacke lieben, du kannst einen Bezug dazu haben, du kannst dein Haustier lieben, du kannst deine Couch lieben, auf der du immer bequem liegst. Voll. Das heißt, wenn du anfängst, dein Umfeld zu lieben, in allen Bereichen, nicht nur menschlich gesehen. Ich schwör's dir. Das ist, glaube ich, dann fühlst du dich auch viel wohler und, ähm, du gehst dann ganz anders durchs Leben und sobald du merkst, irgendwas fuckt dich ab, entferne dich einfach davon. Hör auf, immer zu probieren, alles zu bekämpfen oder zu lösen, weil sobald du anfängst, Dinge zu bekämpfen, äh, stirbt als erstes die Liebe. Weil, weißt du, wie ich meine, da ist, da ist halt, äh, keine Liebe dann drin. So, und, ähm. Du wirst auch automatisch merken, selbst wenn du deine Umgebung mehr anfängst zu lieben, genauso wie du es gesagt hast, da wo du lebst, dass du zum Beispiel duschst, wenn du duschst, dass du es liebst, dass du warmes Wasser hast und so, wenn du da mehr anfängst zu lieben im Alltag so, wirst du merken, auf einmal kommt noch mehr Liebe in dein Leben. Auf einmal hast du vielleicht eine, 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 eine liebevollere Ausstrahlung, eine glücklichere Ausstrahlung, auf einmal lächeln dich Menschen einfach so an, sprechen dich an oder wollen mit dir irgendwie was zu tun haben, weil die merken, oh, der Typ ist irgendwie, der strahlt Liebe aus, der strahlt Positivität aus, so, weißt du, und das ist, das ist so powerful, Bro. Wenn du einmal anfängst im Gehirn das so zu, zu machen und dich mehr auf die Liebe zu konzentrieren als auf die negativen Sachen, wirst du merken, auf einmal ist alles viel positiver, deine Welt und deine Sicht auf die Dinge ist auf einmal anders, Bruder. So. 100 Prozent. Geil. Also ich finde es schön, dass wir nach, wie viel? Nach dreieinhalb Stunden am Ende auf Liebe geblieben sind. So. Und nicht irgendwie so mit Bad Vibes rausgehen, mit System-Fuckerei und so. Am Ende haben wir halt über alles geredet, so mehr oder weniger. Voll krass. Aber am Ende sind wir Richtung Liebe gekommen, Chat. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt erstmal einen Stopp. So. Und, ey, danke, Bro. Auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Bleib so, wie du bist, Digga. Wenn du Bad Vibes hast, du weißt, Liebe, wir müssen uns mit Liebe impfen lassen. Sehr. Und, Bruder, stream auf jeden Fall weiter. Glaub mir, du hast schon eine geile Community, die dich sehr zu schätzen wissen. Die haben mich hier auch gerade schon am Anfang angegriffen. Hey, lass Leon in Ruhe. Weil am Anfang waren wir uns nicht ganz einig über gewisse Dinge. Vielleicht haben wir aneinander vorbeigeredet. Aber die Quittessenz ist ja einfach, dass wir beide das Richtige wollen, ob so oder so. Der Ton macht natürlich immer die Musik, aber am Ende ist es so geil, wenn zwei Leute sich auch hier austauschen können. Wenn sie auch nicht immer einer Meinung sind, ist es auch langweilig. Gehört auch dazu. Aber am Ende, das worauf es ankommt, Zusammenhalt, Liebe, gegenseitiger Support. Und mehr haben wir nicht. Wir haben nur das. Deswegen auch von meiner Seite nochmal auch an deinen Chat und so. Vielen Dank für den geilen Talk, Bruder. Ich bin froh, dass es dich gibt, Bro. Ganz ehrlich, auch in der Szene und so. Ich bin da echt froh, dass es so jemanden gibt. Und dass du auch dich von diesen ganzen Sachen auch nicht unterkriegen lassen hast. Immer noch der Typ bist, der du bist, ohne Rücksicht auf Verluste. Da stabil bleibst, die Dinge ansprichst, die du auf dem Herzen hast, Bruder. Wenn ich das sehe, auch bei TikTok manchmal habe ich das gesehen und so, das gibt mir auch Hoffnung dann. Weißt du, was ich meine? Da denke ich mir so, okay, geil. Es gibt Leute, die sind einfach echt, die bleiben so, wie die sind. Egal, wer was sagt, egal, wer die cancelt. Egal, was passiert so. Dafür auf jeden Fall Riesenrespekt, Bruder Herz. Danke für die geile Unterhaltung, Bro. Ich kiss dein Herz, Bruder. Bleib auf jeden Fall so, wie du bist, Bruder Herz. Bester Mann. Leute, checkt den Bruder ab. Leon Lovelock, ihr kennt ihn. Bester Mann. Ich danke dir. Dankeschön, Bro. Mach's gut, gell? Mach's gut. Peace. Oh, shit, man. So. War doch ein sehr schöner Talk, Freunde, oder? Viele Up and Downs. Wir sind echt sehr viele Themen eingegangen über Gott und die Welt, wie man es auch gewohnt ist. Vom Kianusch, von dem Bruder, Alter. Deswegen feiere ich das auch so, mit ihm zu reden, weil der halt auch einfach wirklich einfach das sagt, was er denkt. Und da ohne Rücksicht auf Verluste seine Wahrheit spricht. Und ich liebe das, mich mit solchen Menschen zu unterhalten, weil es halt einfach heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Wie wir es auch in dem Talk gesagt haben, wisst ihr doch, dass man halt auch durch so viele Filter heutzutage schon durchdenken muss, damit man irgendwie auf der richtigen Seite steht. Deswegen sind mir die Gespräche auch mit echten Menschen einfach sehr viel wert. Nur Liebe für den Bruder. Nur Liebe für euch. Danke auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Schreibt mal kurz Feedback in die Kommentare hier rein, ob ihr die Reise genossen habt, den Talk genossen habt. War echt eine krasse Reise. Von da bis nach da sind wir gereist. Haha Matrix durchgespielt heute. Ich schwöre es dir.